Der Begriff Zeit spielt eine wichtige Rolle für die menschliche Erfahrung, für unser Denken und Empfinden. Was also ist Zeit und wie verstehen wir sie? Dieser Frage geht das Museum Ludwig in Köln nach mit einer neuen Präsentation von Gegenwartskunst aus seiner Sammlung. Unter dem Titel Über den Wert der Zeit sind Werke von etwa 30 Künstlerinnen und Künstlern aus den vergangenen 20 Jahren zu sehen, unter anderem Gemälde, Installationen und Videoarbeiten. Nur einen Augenblick, den verdeutlicht Pauline Embarek in ihrer Installation. Zeit ist dehnbar, sie vergeht schnell oder sehr langsam, wie bei Rebecca Horns Pfauenmaschine. Im Arbeitsleben geben wir unsere Zeit für Geld. Auch dieser Rhythmus und das zunehmende Tempo ist ein Thema. Unsere ganzen Diskussionen über wie viel Wert eine Arbeitszeit, eine Arbeitsstunde ist oder auch wie hoch die Produktivität sein soll. Man merkt das ja an den aktuellen Debatten, wie brisant auch dieses Thema ist. Und es ist eine Einladung, diese Ausstellung zu entdecken, wie unterschiedliche Perspektiven man auf Zeit nehmen kann. Das Museum Ludwig verfügt über eine international herausragende Sammlung von Gegenwartskunst. Alle zwei Jahre präsentiert man sie unter einem anderen Thema. 50 Werke zeigt die neue Ausstellung. 14 davon, wie ausgedehnter Aufenthalt von Carolyn Lasset, waren noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen. Ich finde, die Ausstellung hier präsentiert sie nochmal in einem neuen Blickwinkel. Das heißt, altbekanntes beispielsweise wie die Arbeit von Robert Rauschenberg, Soundings. Hier sehen sie die aber in einem viel stärkeren politischen Zusammenhang. Und das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Mit Turner-Preisträgerin Lubinia Himmet oder der deutschen Biennale-Vertreterin Anne Imhoff sind einige Stars der Gegenwartskunst in der Kölner Ausstellung vertreten. Über den Wert der Zeit ist in den kommenden zwei Jahren zu sehen. Der Wert der Zeit ist in den Kölner Ausstellung. Der Wert der Zeit ist in den Kölner Ausstellung.